Jo, willkommen zurück bei World of Tanks. Und äh, jetzt haben wir ja mal nicht so ganz zu schlecht gestartet. Ja, in Tier 2 hat es noch eine. 2 bis 3, das geht noch. Geht es also nicht mehr über 3 Stufen als im Moment, sag ich mal. Äh, ich werde hier richtig warm machen. Der Dufe stürmt ja eh anders, da rechts auf der Hölle. Linke, los! Ach, sieh ja hinten, nein, ach, sieh hinten rein. Meistens sind dann auch nicht auf der, auf der linken Seite. Also wenn man auf der Gesichter steht. Und da klappt er doch nicht auf dem Feld. Ja, ganz schön. Die Karte ist ja so flieher, dass man dran drammt. Ja, drammt. Nein, nein, das ist jetzt... Da lüge ich drüber weg, das ist ja... Ja, nicht unter. Das ist jetzt, das ist jetzt. Das ist jetzt. Ja, ich habe gut gemacht. Jetzt wartet jeder über die anderen. So machen wir das auch hier. Sonst gehe ich noch wirklich nach vorne. Aber ich muss Kanonen-Führer sein, das will jeder nicht. Unter anderem der LTB, der steht voll dort im offenen Bett. Nein! Wo ist der Wandel? Wo ist der Wandel? Wo ist der Wandel? Wo ist der Wandel? Ich komme nicht mehr bis zur Gleisung. Meine Sichtfalt ist eingeschrumpft. Oh, fett! Ich möchte den nächsten LTB. Ach, ich weiss es nicht. Ein bisschen Deckung wäre doch toll. Da kommt jetzt sicher noch ein Exemplar. Wer ist der Typ? Ist der unsichtbar oder was? Was? Ich bin der Stahl. Ich muss sicher auch das geben. Der ging voll durch ihre Panzerung! Erwischt! Okay, dann gehen wir rein. Oh, legt mich weg. Warum kommen wir da hin? Ich bin da nicht weg. Ich bin da nicht weg. Du scheiße, ich bin da nicht weg. Oh, ich bin da nicht weg. Oh, ich bin da nicht weg. Oh, ich bin da nicht weg. Ah, der geht voll durch ihre Panzer. Wir haben das was für uns. Oh, Mann! Und ich habe auch einen rein rüber. Warum denn? Was ist das gewesen? Der Kauf. Was ist das für ein? Der sieht man nicht. Der ist gut versteckt. Ich bin einfach gut noch jemand von der Form. Ah, Mann! Oh, Mann! Er muss noch jemand... Was ist da noch da? Der Stupsi! Oh, je! Was für ein süsser Name! Stupsi! Oh, fett, ey! Okay. Und es ist fertig. Jetzt habe ich nicht einmal gehört, wer hat da überhaupt gekommen. Wir haben sicher die Kappe voll bekommen, ja logisch. Aber es läuft einfach nicht mehr so süper, muss ich sagen. Zwei Abschluss einmal. Okay. Okay. Ja, es läuft einfach nicht mehr so süper. Einfach eine lange Ladezeit. Und da so ruggelt immer. Ich hoffe das auch. Ja, Himmelsdorf. Manchmal haben wir die schon gehabt. Himmelsdorf im Winter. Himmelsdorf normal. Oh je. Die haben wir schon hunderttaussig Mal gehabt. Ja. Ja. Also wer jetzt noch eins gespielt worden ist. Also von... Ihr geht jetzt von mir. Wie oft hat man Bier und Bier und Bier gespielt. Aber ich glaube es hat ein wenig zu tun, welche Panzer, was man da hat. Was? Ähhhhh. Wo können wir warten? Ähhhhh. Oh Gott. Ja. I-M-M-Ga. Ja. Noch mal ein wenig zu tun. doch. Aber du hast einfach nichts, du hast einfach schon von hier. Nee. Und du hast eine andere Erfahrung. Du hast eine andere Erfahrung. Und du hast ja einen A-T-Sund zu schaffen. Ich würde eigentlich andere Leute hören. Ich würde gerne mal wieder den. Bis zum nächsten Mal. Das war's gut. Der ging nicht durch. Ja, ja, mach dir ein paar. Der ging nicht aus. Aber sie hat noch ein paar Fahrten. Und jetzt wird es extrem viel mehr. Ich kann mich nicht überlassen. Und dann gehen wir weiter. Jetzt schauen wir die Sammlung an. Ja, nehmen wir einen neuen Weg. Was soll das? Und dann kommen sie aus Zürich für die Risse. Der ging nicht durch. Aber ich schau ein bisschen. Warum denn mal? Wähler hätte euch... kann man Mann, was hat das Spiel für Probleme Schauen wir mich noch mal rein Ah, aber ich habe doch noch eins von mir In der Jacht Ja, da gehen wir zwei verfolgen jetzt, da wird noch immer 18 Mekanote sein. Ja, da kommt er schon. Geil, einer abgeschossen, super. Selber gesagt. Doch, das war nicht leid, das ging jetzt. Man macht einfach nicht so viele Points pro Schuss mit dem Panzerkampfabendrei. Aber ich finde gar nicht so, so keine Schlacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Jetzt haben wir einfach 4. Platz, ich meine. Mein 2 haben wir abgeschossen. Ja, doch, das gibt nichts, das ist gar nicht so. Aber eben, es gibt einfach nicht so viele. Aber, besser ist es nicht von einem Esel, wie wir sagen. Äh, was brauchen wir da überhaupt noch? Jetzt haben wir noch 1700 Points. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen hier noch ein Päuschen. Und dann machen wir noch mal eine Runde. Und dann gehen wir zwei Runden, dann wird es sicher noch da, wenn wir drei. Bis wir zum DW2 kommen. Also, ich sage mal danke fürs Zuschauen. Und tschau zusammen, bis zum nächsten Mal.